In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Press-On-Nails mit Aceton ablösen kannst. Das nächste Video wird dir zeigen, wie du diese Nägel auffüllen kannst. Das funktioniert natürlich auch, das mache ich persönlich sehr, sehr gerne. Für wen ist das mit dem Ablösen gut geeignet? Für diejenigen, die vielleicht auch keinen Fräser zu Hause haben, die sich mit dem Thema Auffüllen auch so gar nicht auskennen, ist das die einfachste Variante. Und gerade wenn man zu Hause die Nägel macht, nur für sich selber, ist das einfach wunderbar. Das kann man auch mal abends vor dem Fernseher machen und das Ganze komplett ablösen und dann einfach wieder die perfekte Neumodellage arbeiten, wenn man Lust dazu hat. Und natürlich für die Leute, die nur ab und zu Nägel machen wollen, die sagen, ich mache das nur für ein kurzes Event, danach mache ich sie ab. Das heißt, Auffüllen kommt für mich sowieso nicht in Frage. Ist das wirklich die einfachste Möglichkeit? Ich zeige dir jetzt, was du beachten musst, denn auch hier muss man natürlich einiges beachten. Und ich habe in den letzten Monaten auch da viele Fragen zu bekommen und auch viele Fehlerquellen entdeckt von einigen Leuten. Die dann ganz verzweifelt gesagt haben, es löst sich einfach nicht ab. Und da ist es einfach wichtig, dass man ein paar Punkte beachtet, wie bei allen anderen Sachen auch. Wichtig, wir haben ja auch ein Remover-Set, aber wichtig ist, dass du wirklich richtiges Aceton verwendest. Weil wenn du jetzt irgendeinen Nagellackentferner kaufst, wo vielleicht ein bisschen Aceton mit dabei ist, dann kann es eben sein, dass es nicht ausreicht, um das Ganze zu lösen. Denn anders als vielleicht bei Shellack-Nägeln oder Dipping-Nails hast du ja schon etwas mehr Material. Der Tipp muss gelöst werden und das Glue-Gel mit dem Haftgel muss auch gelöst werden. Das heißt, wir brauchen schon ein bisschen mehr Flüssigkeit. Bei normalen Shellack-Nägeln mache ich das manchmal so, dass ich die Nägel einfach in ein Wattepad und Alufolie einpacke. Für Shellack reicht es aus, aber hierfür nicht. Da brauchst du schon etwas mehr Flüssigkeit. Hier machen wir das Ganze mit diesem Behälter. Hat folgenden Hintergrund. Hier ist es so, du kannst das Ganze aufmachen und kannst hier unten warmes Wasser reinmachen. Wir haben das in der Vergangenheit mit einer Plastiktüte gemacht. Funktioniert auch, aber so ist das Ganze etwas einfacher. Hier kommt warmes Wasser rein. Also mach es wirklich gut warm, nicht heiß, aber richtig gut warm. Weil je wärmer auch die Flüssigkeit hier oben wird, dein Aceton-Remover, desto schneller kann das Ganze wirken. Und deswegen kommt hier gut warmes Wasser rein. Das Ganze wird dann hier oben verschlossen. Ich zeige dir einmal, wie es funktioniert. Und hier oben füllst du dein Aceton ein. Hier ist das Ganze für die einzelnen Finger ausgespart. Ist auch ganz gut, falls du vielleicht auch nur einzelne Finger lösen möchtest. Da musst du jetzt nicht überall Aceton reinmachen. Wir lösen gleich nur den. Das heißt, wir gehen hier in das Wasser rein. Ich mache nur da Aceton rein, nur um dir das Ganze zu zeigen. Im Idealfall sollte das Ganze eine halbe Stunde dauern, 20 Minuten, je nachdem. Es dauert definitiv keine drei Stunden. Dann hast du irgendwas verkehrt gemacht. Was auch ganz wichtig ist, wenn du die Hand drin hast, dass du dann zum Beispiel ein Handtuch drüber gibst, weil Aceton sozusagen verdampfen kann. Und deswegen ist es noch besser, noch wirksamer, wenn du ein Handtuch drüber gibst und dann einfach wartest. Ich mache es auch immer ganz gerne so, wenn es dann schon teilweise aufgelöst ist, dass ich mit einem Rosenholzstäbchen zum Beispiel oder mit dem Pro Pusher schon mal die erste Schicht so ein bisschen runterschiebe und dann nochmal reingehe. Dann geht das Ganze etwas schneller. So, was gilt es zu beachten? Ich habe dir ja in der Neumodellage gezeigt, dass ich ein Haftgel verwende, das ablösbar ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn viele haben den Fehler gemacht, die nehmen irgendeinen Haftgel und wundern sich dann, warum das Ganze nicht ablösbar ist. Und dann hast du wirklich das Problem, dass das Glue Gel einfach nicht abgehen möchte. Das heißt, achte drauf, wenn du nicht unsere Base nimmst, dass du eine nimmst, die wirklich ablösbar ist. Da garantiere ich für nichts, wie das Ganze zusammen mit dem Glue Gel funktioniert. Das musst du dann testen. Aber hier ist es eben ablösbar und das muss es dann auch sein. So, ich stelle das Ganze einmal zur Seite, denn wir beginnen einmal damit und auch das ist ganz wichtig, das vergessen einige. Es ist wichtig, dass du die Oberfläche anraust und öffnest, damit dein Aceton richtig eindringen kann. Das Ganze kannst du mit einem Fräser machen oder mit deiner Feile. Das mit der Feile reicht aus, dass zumindest der Versiegler einmal komplett ab ist. Oder im Idealfall kannst du auch hier einmal direkt die Farbe mit runternehmen. Das dauert nicht lange und sorgt einfach dafür, dass dieser Ablöseprozess viel, viel schneller geht. Du müsstest jetzt nicht ganz so viel runternehmen. Wichtig ist, dass zumindest der Versiegler einmal ab ist. Ich mache das jetzt mal nur so ganz grob. Und weil der Tipp ja eh ab soll, kannst du auch einmal mit einem Tippcutter hingehen. Zack, das Ganze schon mal abnehmen und dann geht es los. Das ist wichtig, damit dein Aceton richtig eindringen kann. Wenn du diesen Schritt überspringst, direkt reingehst, wird sich einfach nichts ablösen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dann bereiten wir jetzt einmal unseren Behälter vor. Das bedeutet unten warmes Wasser, oben Aceton rein und dann zeige ich dir, wie ich meine Nägel auch ein bisschen schütze. Aceton trocknet die Haut etwas aus und deswegen kannst du so einen Nagelhautschutz verwenden. Einmal hier auftragen, damit die ganze Haut jetzt nicht so viel Aceton abbekommt. So, Wasser ist schon mal drin. Wir beginnen mal mit dem Nagelhautschutz. Ich nehme ein Rosenholzstäbchen und du kannst das Ganze wirklich großzügig auf der Haut auftragen. Einmal komplett hier rum. Auch danach, wenn die Nägel abgelöst sind, auch danach die Hände einmal gut eincremen. Es ist einfach so, Aceton trocknet das Ganze etwas aus. Ja, wie würde ich das jetzt im Studioalltag vielleicht machen? Denn ich habe durchaus hin und wieder Kunden, wo ich Press-on-Nails verwende. Meistens sind es wirklich die Kunden, die wirklich nur für ein Wochenende oder so Nägel haben dürfen, wo das Ganze dann schnell wieder ab muss. Und ich bin dann nicht unbedingt schneller, wenn ich das ablöse. Oft mache ich es dann so, wenn ich es ganz abhaben möchte, dass ich es runterfräse. Weil, wenn die Kunden ihre Hände da reinmachen und ich einfach eine halbe Stunde da rumsitze und nichts mache, das bringt mir nicht wirklich was. Deswegen bin ich meistens schneller, wenn ich das Ganze dann abfräse. Das heißt, die Möglichkeit besteht natürlich auch. Für mich selber finde ich das Ganze ganz gut, so abzulösen. Das kann ich wirklich abends dann ganz bequem vorm Fernseher machen oder so, Serie dabei schauen und dann ist das Ganze ganz gut. So, du hast ja hier diese Öffnungen. Also hier oben wird die Hand sozusagen reingelegt. Und ich finde das sehr gut, dass du hier einzelne Fächer hast, denn hier kannst du jetzt einmal dein Aceton einfüllen. Wie gesagt, unten ist warmes Wasser drin. Hier kommt dann einmal Aceton rein. Und dann kann der Finger einmal rein. Aceton kann eingefärbt sein oder durchsichtig, das ist ganz egal. So, und dann kannst du die Hand hier reingeben. Der Finger kommt rein und im Idealfall nochmal ein Handtuch drüber geben. Manche machen zum Beispiel auch Frischhaltefolie drüber, einfach damit das Aceton nicht so verdampft. Und dann wartest du einfach mal ein paar Minuten, schaust, was passiert. Entweder lässt es komplett 30 Minuten oder so drin, 20, 30 Minuten. Das muss man ein bisschen testen. Oder ja, zwischendrin die erste Schicht schon mal runternehmen. Wir warten jetzt erstmal und schauen, was mit dem Nagel passiert. So, nach ein paar Minuten siehst du schon, dass richtig was passiert. Also der Tipp hat sich schon gut gelöst. Da ist schon einiges abgegangen. Und ich mache es wirklich so, einmal schon mal ein bisschen was runternehmen. Und dann wiederholen wir das Ganze nochmal in die Flüssigkeit und dann geht das Ganze ganz schnell ab. So, wieder nach ein paar Minuten sieht man, dass sich das Ganze richtig schön ablöst. Jetzt ist der Tipp hier auch schon komplett runter. Ja, und wenn du ein Haftgel nutzen würdest, das nicht ablösbar wäre, dann hättest du jetzt schon Probleme, dass ich hier am Glugel gar nichts tun würde. Aber man merkt schon, es wird richtig weich alles. Der Tipp ist schon mal weg. Noch einmal kurz rein und dann dürfte es komplett ab sein. Also wie gesagt, du kannst die Hand auch komplett einfach drin lassen die ganze Zeit. Aber so geht es für mich einfach schneller. So, das Ganze wiederholen wir jetzt. Jetzt merke ich auch, ich bin hier am Naturnagel angelangt. Und dann sind wir gleich auch durch. Also wirklich darauf achten, dass das Wasser unten drin warm ist. Das macht einen Riesenunterschied, ob ihr warmes oder kaltes Wasser verwendet. Also ganz, ganz wichtig. Aber hier merke ich, ich bin schon am Nagel angelangt. Da unten ist er schon. Also man merkt, das ist nicht so, ach hier guckt, hier geht das jetzt schon komplett ab. Es ist nicht so, dass sich das Ganze so komplett in einem Stück löst. Das nicht, aber hier, das ist jetzt echt wie Gummi. Das kann ich jetzt einfach runterschieben, abziehen und dann ist es fertig. Also je geduldiger ihr seid mit dem Acetonbad. Ja, desto mehr geht natürlich. Also ich bin jemand, ich bin ein bisschen ungeduldig, aber ich merke jetzt, es löst sich richtig schön glatt ab. Und der Nagel ist auch gut geschützt durch die Base. Das seht ihr gleich, das möchte ich euch gleich nochmal zeigen, weil die Base jetzt zum Beispiel gar nicht ganz ab ist. Ich habe hier noch eine glänzende Schicht. Und das heißt, der Naturnagel wird komplett geschont. Das ist auch nochmal ein Riesenvorteil. Das Glue-Gel löst sich, aber eben die Base, die bleibt drauf. Und das bedeutet, dass es nicht so, dass man bei jedem Mal wieder komplett auf dem Naturnagel ist. Ich zeige es euch gleich nochmal außer Nähe. Ich mache jetzt nochmal den Rest ab. So sieht das Ganze aus. Und wie ihr seht, hier glänzt das Ganze jetzt noch ein bisschen. Also ein bisschen von der Base ist noch drauf, aber das würde ich jetzt auch gar nicht mehr weiter abmachen. Jetzt kannst du einfach mit der Pfeile drüber gehen, den Nagel einfach wieder vorbereiten, wie auch beim ersten Mal. Und dadurch, dass von der Base noch was drauf ist, bleibt das Ganze jetzt auch so ein bisschen geschützter. Und entweder machst du sie dann komplett neu oder wenn du keine Nägel mehr haben möchtest, einfach einölen, etwas pflegen und dann bist du auch schon fertig.